Musik Oh cool, da ist auch einer So, jetzt muss ich mich gleich gegen zwei hier behaupten Das ist ja nett Ja komm, ihr kriegt euch, genau Sehr gut Nice, wir haben es Da bringt ja auch nichts, wenn du unterfliegst Sauber, zwei Kills In jedem Fall, was ist mir passiert Ist da Kometa eingeschlagen Fuck Da ist er drin Ja, sauber Ja, sauber, er ist da Huuu Hi Hat mich gescheuert Huuu Nice Komm, komm, komm Ja, sauber, der sollte down sein Die Enderpelle rette ich genau nicht mehr GG Oh mein Gott, es funktioniert Komm, 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 komm Jawohl Ja, ja, komm, komm, komm Oh scheiß Ich bin tot Ah fuck Schade Schade Aber eine TNC muss da funktionieren Darum kommt es an Nein Ja, sie ist in seine eigene Falle gefallen Okay, fuck Ich wasser, ja, ich hab Wasser Oh Gott, bin ich bescheuert, ey, was spring ich da noch rein da kommt eine fuck oh nein oh bitte die oh bitte der ist jetzt abgelenkt wegen dem da oh dankeschön das kann mir jetzt den Arsch gerettet haben willst du dich immer noch mit mir anlegen nein ich habe Angst vor dir deswegen haue ich es ab so läuft bei ihm ne hat ihm die ganze vorbereitung geblieben gebracht lol 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 oh Gott oh da hat mich die NFL nochmal gerettet gut dass ich da vorne in einen Typen gekillt hab und wieder ein Job zwei Schwarz nice die Runde könnte wieder was werden ja geil es hat halt gelaggt dankeschön und ich habe ein Screen gemacht nice die Typen kommen darauf nicht klar wenn man da so überraschend reingeht GG so nur eben um das nochmal klar zu stellen nein ich bin kein Kiddy das nicht akzeptieren kann wenn es einen Fehler gemacht hat das Problem in der Situation war halt nur dass ich wirklich durch diesen Leck den man ja auch im Video sieht die Ender Paddel nicht auf fliegen sehen und deswegen nicht reagieren konnte so aber dann hast du nicht gerechnet ach komm so oh oh Gott wo wuuh da hat er mir aber nochmal ein bisschen was abgezogen Patrol irgendwie mehr als es mir lieb war huh Später in dieser Runde Nein, oh mein Gott, bin ich bescheuert. Oh Gott. Hi. Kann ich da wohl reinwerfen? Von der Art. Nice. Ich glaube jetzt, ob der seinen Fire-Resistenz hat. Geil. Ja, läuft bei ihm, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt auch keine Items bekommen, aber er zählt. Und das Haus brennt ab. Dann haue ich mal eben schnell ab und tschüss. Nice, hat geklappt. Nice, den habe ich in Lava gesetzt. Jetzt fragen wir, wieviel Schaden er durchbekommen hat. Scheinmal soviel, dass die Pussy direkt wieder hochbauen muss. Outworld, das war so ein Scheiß. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ach du Scheiße. Das war ja noch schlechter als der Move, den ich gerade gebracht habe. Und davon ist der Letzte. Hallo. Ha? Boah, der weiß doch gar nicht, dass er der Letzte ist. Ich sag jetzt aber schleunigst mal in die Mitte, dass er sich gar nicht alles gönnen kann. Nein, als ob. Als ob der mich bekommen hätte. Schade. GG. Wie viel XP? Komm nicht so weit. Ziemlich schwach der Typ. Bro. Mach. Das ist nicht der einzige Typ in der Ender-Pferde hier. Schade, aber seine Sachen sind runtergefallen. Naja, der Kill war es mir wert. Ich hab echt gar nichts von dem bekommen, ne? War doch nicht ganz so gut. Okay. Danke dafür. Ich nehm mich halt den. Hab ich auch kein Problem mit. Ich warte bis der Typ rauskommt und dann schnapp ich ihn mir. Oh fuck. Ich hab nicht damit gerechnet, dass das jetzt so abläuft. Okay, das war schlecht. Bin ich bescheuert? Was springe ich denn da? Ah, schade. Schade, schade. Oh Gott, hat der Goose Glück. Aber scheinbar nicht so viel zu klicken. Nice. Gut, ich hab natürlich auch überrascht. Konnte ich aber nicht so schnell reagieren. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, okay? Ja, ich mach Kekse. Six and a half hours later. Ich hab jetzt abgeworfen. Hi. Ja, war wohl doch jemand, ne? Und verschwinden die denn alle. Geh raus da, geh raus da. Jawoll. Als ob nice. Holy shit. Ich hab nicht gedacht, dass das funktioniert. Wow, der Typ ist da vorne alleine in der Mitte. Was will er da jetzt machen? Er war ein Camper. Ein Camper, wie die Welt ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Eine schwierige Aufgabe für unseren jungen Helden. Wird er es schaffen und dem Camper das fürchten lernen? Sehen Sie es in der nächsten Folge von Ein Typ mit dunkler Stimme erklärt die Weltgeschichte. Warte mal. Kommst du... ...zu mir? Hab kaum... ...Blöcke. Also... ...bist du... ...ein... Camper? Wenn man sie... Pech. Oh Gott. Hab ich wenigstens einen guten Videotitel. Warte mal, ich probier mal was. Oh, der hat noch überhaupt nicht viel gespielt. Ich glaub, den kann ich verarschen. Da glaubt ihr mir das? Doch so blöd war der Camper nun auch wieder nicht. Und er fiel auf diesen Trick nichts herein. Er hat sie rausgefunden. Alter, der glaubt mir das aber echt, ne? Warte, ich tue jetzt so... ...als würde ich googeln. Ey, wenn er mir das jetzt glaubt... ...da muss er sich aber beeilen. Doch auch diese Masche war für unseren Camper nicht allzu schwer zu durchschauen. Okay, der glaubt mir das nicht. Der glaubt mir das halt echt nicht. Okay, Schaden. Versuch was wert. Der hat doch so safe... ...Eier oder Schnee, bitte. Das Schlimme ist, dass ich halt noch nicht mal was hab... ...wenn ich mich retten könnte. Das ist so dumm. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ach ja, solche Typen sind die besten. Naja, wenigstens konnte ich nicht verarschen. Yo Leute, das war's. Ich hoffe wir mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte Feedback da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.